Herzlich Willkommen zu einem neuen Video mit Broker Finmax. Ich halte 60 Sekunden bis 2 Minuten mein Starttrade. Beträgt 2000 Euro, als nächstes suche ich meinen passenden Trademeter Trader 5 nach meinen Einstiegskriterien. Euro Japanisch Yen, sieht ganz gut aus. Hier steige ich ein und gleich nochmal und nochmal. Ich handle mit Broker Finmax. Für Einsteiger ist Pocket Option der bessere Broker. Wer sich über meinen Link auf meiner Webseite anmeldet und die Mindesteinzahlung von 250 Euro tätigt, bekommt von mir 100 Euro Rabatt auf mein Privateinzelcoaching oder 100 Euro überwiesen. Angebot gilt bis 15.09. und ist auf 10 Plätze limitiert. Die ersten beiden Trades habe ich gewonnen. Wichtig ist aber, dass ich den letzten Trade gewinne. nur dann bin ich im Plus und der Chor steigt schön. Perfekt gelaufen, alle 3 Trades gewonnen. Bis zum nächsten Mal. Adios.